Es Saloum Aleyküm, Türk bin Oglonno, Gizr Bratwa Karoche Bun, Astrian Gizr Ne Brünze Tögelien Kim, die Pthorayad Düşününün mü? Hast du verstanden? Wer war deine erste Liebe? Ich hatte keine erste Liebe Keine erste Liebe? Ich bin deine erste Liebe, passt? Sicher ja Geht schon, geh mal Geh mal Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Lisa Lisa, wer war deine erste Liebe? Ähm, Kakajan Was? Kakajan Kakajan? Ich stimm mit dir da, Kakajan nida Welcher Kakajan? Er ist aus Turkmenistan Aus Turkmenistan? Du, Bratwa, Kakajan, Turkmenistan Wie ist sein Nachname? Recepow? Ja, ich glaube Singe, diese Recepow? Ja Ich bin bei jedem, Bratwaak Er ist ein Hooligan, du musst nicht sagen, du darfst dich da raus Und wie ist, was ist Besonderes bei ihm? Warum er war so deine erste Liebe? Ja, das Aussehen Aussehen? Okay, und nur Aussehen, oder? Er ist halt ja Ich bin bei jedem Du bist der Bratwaak Es ist so schön Und wie ist die Bratwaak Das ist von Österreicher Und wie ist die Bratwaak Dann bist du in Austria Lise? Ja Lise Das ist die Bratwaak Aber ich sage Und wie ist die Bratwaak Da bist du denn? Ja Nein Das ist die Bratwaak Ja Ich habe hier Ja Was du? Marzena. Marzena. Wer war deine erste Liebe? Murat. Wie? Murat. Welcher Murat? Aus Turkmenistan. Aus Turkmenistan? Wirklich? Murat? Wirklich? Murat? Komiker oder was? Wirklich? 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 Was war bei ihm so besonders? Warum war deine erste Liebe? Ja, er hat eine große Nase. Ja, das ist eine große Nase. Okay, große Nase. Ja. Große Nase, Große. Was? Was hast du gesagt? Große Nase. Große Nase. Wer hat große Nase? Was hast du gesagt? Große Dings. Ja. snühe, wirkl. Wie? Ihr wart Flögen. Aber es ist ein wenig gestorben. Wart ihr habt? Wirklich? Wirklich? Schleuch. Wart ihr habt eine Operation? Wirklich? Wart ihr? Wirklich? Wart ihr euch? Die Leute haben mich noch nicht mehr zu sprechen. Will ich in einem kleinen Schwerst zu erzählen? Ich hoffe, es ist eine gute Frage. Die Leute sind mir zu sagen, was ich bin mir zu sagen. Das ist mir so schön. Merci. Okay, danke. Bitte, danke. Ich will dich in die Schule. Ich habe das vorbeigehen. Ich habe das vorbeigehen. Ich habe das vorbeigehen. Wie ist dein Nachname aus dem Land? Turkmenistan. Wie ist dein Nachname? Gushunov oder was? Ja. Wirklich? Gushunov. Gushunov. Wie ist das? Wie ist das? Er ist Komiker, oder? Ja, ein sehr guter Komiker. Aber warum war er deine erste Liebe? Was ist so besonders bei ihm? Weil er so lustig ist. So lustig? Ich denke mir nicht. Er ist gar nicht lustig, ich denke mir. Nein, er ist gar nicht lustig. Du hast keine Ahnung. Du bist du? Alina. Woher kommst du? Aus Kasachstan. Ah, du sprichst auf Russisch? Ja. Alina. Alina, ja? Ja. Alina, eine Frage. Wer war deine erste Liebe? Ich weiß, wie ist das? Davlet. Was ist das? Davlet? Was ist der Davlet? Er ist der Diktor. Diktor? Was ist der Diktor? Von Turkmenistan. Ja, okay. Das ist Anna Geldiv? Ja, ja. Ja, du bist du? Sie haben schon wieder nach Deutschland gekommen. Ihr seid ja gut gemacht. Ja, ich weiß, was du hier ist. Wann ist das? Du bist der erste Liebe? Was ist das? Aufmerksam? Was ist das? Bad Diktor? Ja, ich weiß, was du ein Diktor. in der Tühe-Mam-U-Ti-Certi Das war genau so. Wie habt ihr geschehen? Wie habt ihr euch geschehen? Wir sind einfach geschehen. Wie habt ihr geschehen? Wir haben uns mit ihm geschehen. Wir haben uns mit ihm geschehen in einem sehr interessantem Ort, das bleibt uns secret. Nein, ich will nicht sagen. Ich muss sagen, dass du es mit dem Kuss ist. Ich dachte, dass du jetzt nicht so gut dass du eine Frau nicht rüchst, sie ist wirklich schön wir gehen mit dir ein bisschen an wir gehen sie machen ich sage sie sie ist wirklich sie ist ich bin nur ich bin ich bin und ich bin von deinen schlitter in die Welt bin ich schon Don't